herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge fortnite pip mit marvin weißt du ich rede ganz normal du ja geht doch so auf drei starten wir eins zwei drei so wir spielen wir spielen heute den omega skin ich habe ihn mit grün ja mit gelben lichtern du hast ja wahrscheinlich mit grün grün ach dann habe ich deine farbe der so genannt ja das ist mir egal das grün mensch hat hier wird nicht und ich hab den raven war noch der massel ventilator mittag und dann oder das ist eine playstation das ist laut das ja ja gut okay ich glaube die leute die auf meinen kanal sind die kennen das von streams wie god of war genau um überlegen ob ich jetzt bald mal umsteig auf der ende ja ich ja auch gut also ich habe die leute von jedem nach dank von jemen nach junk okay also ich habe eine neue strategie ich werde jetzt einfach alles aufsammeln was ich so finde von jemen nach junk sagst du meiner fährt so war nach junk ich glaube ich land tomato town okay das spiel ist gerade für mich ein bisschen zu laut ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so wirklich ach ja und ich habe mit dem system das passt natürlich auch super zum omega gerade richtig vorwart ja naja gelb passt dazu finde ich jetzt zum gelben und zum roten zum grünen und zum lilan passt jetzt nicht so aber ich habe es trotzdem wollen für die leute die übrigens ich wissen was fort ist einfach mal die erste folge es kommt jetzt wirklich einer mit der tomato town drei leute mit der tomato town das ist jetzt hier liegen materialien rum also ganz ehrlich ne viele regen sich ja auch dass der floor loot der materialen voller loot von 30 auf 20 ich würde er sagen er soll gar nicht mehr vorkommen mal ganz ehrlich das ist absolut schwachsinnig die pack jetzt land da wirklichheit welche ne ich glaube ich werde weg keine waffe wo da unten sich jetzt gerade ein nach was aus ist ja habe ich die gründe tommy ganz schon ich weiß es nicht gleich mal nach ist doch egal hauptsache klar sehe ich auch so muss man nachgucken habe ich die schon nein habe ich nicht das heißt da hinten ist einer da werde ich jetzt hoffentlich einen schönen sauberen kill machen die grüne pump kann er mir einfach vorsichtshalber mit obwohl ich die gar nicht mehr brauche aber ich habe den gekillt das aber knapp habe ich die grüne tommy ganz und auch nicht ich muss mich kurz verstecken ich habe 65 hp so tommy kann habe ich was gab es noch jetzt klingelt hier jemand ich glaube ich werde weg das ist mir so egal scheiße ich scheiße halt jetzt hart drauf die blau pump kann die habe ich schon die grüne aber ich lila du überrat hast schon da kommt einer aber ich habe es ruhig liegen lassen der hat mich was nee ist nicht dein ernst hat mich weggepumpt mit einer heavy pump warum findet no skin heavy pump markus 9 9 8 8 8 8 alter ich man es läuft schon wieder gar nicht man ein kill ich habe es jetzt nur ein gegner gesehen ich suche denn jetzt das ist doch wieder bullshit so bevor ich die nächste runde starte liebe leute werde ich erst mal gucken was ich noch alles brauche ein grau sturm gegen taktische pump okay bei blau habe ich nur drei sachen na gut okay starte ich meine idee also ich starte jetzt die zweite runde tatsächlich schon tomato war kacke ich suche immer noch einen ersten gegner da jetzt klingen ihr leute mann geht mir nicht auf den sack das bestimmt post aber es ist mir gerade so hart egal ohne witz das ist mir so egal nicht während der aufnahme jetzt hier danach kann ich gerne gucken gehen wenn ihr ob da noch steht grüne silence mp kill grüne silence dem asso naja die mp5 ach bei dir ich glaube dass du die staffel gewinnen wirst klar ich meine am ende wenn du da musste die richtige waffe finden und damit auch noch ein kill machen aber du bist einfach mit 25 waffen oder 27 sehr wald vielleicht nicht denn jetzt land ich flash es ist zu riskant so grüne silence mp kann ich dann schon mal raus streichen ich lande ich riskiere es das ist es geht ja mein handy jetzt noch mal unter whatsapp muss auch noch ein update kriegen ich brauch gar keine blaue scout mehr so kann ich wieder mit mehr sollte wird riskant liebe leute ich weiß aber ich bin schon ewig nicht mehr da gelandet ewig nicht mehr okay gut dann bin ich ordentlich fliegt zu tief da gehe ich nicht hin das war's das war's ich geht's um mich geht so abgestürzt im betten was ich versuche jetzt auf wind zu spielen glaube ich tatsächlich um einfach mal eine waffe weg zu machen ich habe ja bis jetzt noch keine weg gemacht nee du nicht den fehler bewahre ich auch nicht mit meiner entscheidung da habe ich doch schon im auto ja genau der scheiß boogie promise ist dich hey wenn nicht damit ein treffer dann treffe ich eh nicht richtig wenn man ganz der ou richtig das war das glaube ich nicht der send hinter ich hüpfe durch die map es erstaunlicherweise meine erste solorunde heute ja meine war gerade eben auch meine erste solorunde goldene du überrat was brauche ich die ich bin ein bisschen einer black ops 4 beta gewöhnt du berater brauche ich gar nicht mehr die kann nicht liegen lassen ich brauchte ja auch nicht mehr da ist die blaue pistole so wenn alle strengere ist nämlich einfach die blau die taktische graue pump pump nice ich fliege richtung spaß zu die wo 23 gegner und das ist noch nicht mal die erste zone wie das aussieht ja noch 23 leute ist hier ein schiff dir wirklich keiner gelandet ja ach der ok da ist ein rift in einem baum den hört man nur den sieht man gar nicht ok klingt komisch das wort ja stimmt so kommen jetzt mal noch was richtig geil das so keine schild tränke nämlich mit ich habe auf jeden fall schon mal drei waffen inventar ich noch nicht habe grünes jagdgewehr ist im verkauf das ist gut bau du autist ich bin dort da geht doch hast du einen kill gemacht ja weil ich auf dem dach nicht bauen konnte und mich dadurch nicht vor den schützen schützen konnte bin ich gestorben man kennt ihn aber eigentlich immerhin mit neuen waffen da ist doch gut läuft aber mir war gerade wieder unsichtbarer floor loot alles klar geht jetzt weiter und jetzt bei mir auch los ist sich dein ernst oh mein gott ich habe eine goldene thermalskop damit muss ich ein kill machen das ist sowas von wichtig da lasse ich sogar die blaue pistole für liegen ohne witz also ich dachte jetzt mit beiden thermals noch geht's obwohl ich mit der lilan schon einen hätte haben können oder antätet einer afk stand weil ich ihn lieber mit dem duo berater erschossen habe landet ein airdrop bei mir doch das hier wird das ist nicht sehr sehr gut jetzt wo wir die folge aufnehmen kommt ja bald die erste richtige folge auf youtube ja heute wir noch ziemlich genau anderthalb stunden gibt mir das jagdgewehr so ja ich glaube jagdgewehr jetzt brauche ich gar keine mehr oder ach doch morgen grün ach komm ich gehe rein und ich gehe tätert was ist rausgekommen was ist hier rausgekommen was ist es gründer grenade launcher alles klar dafür nehme ich mal das jagdgewehr so lange weg was lilan ist denn da jemanden rift benutzt das ist vorne die genke kriegst du nicht du wechsel ich bin tot ja endlich habe ich mal eine längere folge als du ach komm ey dann fände der eine scheiß die ich sah es aussieht wie du überrat das war der scheiße der ist gestorben ja gut das war die sechste folge pip bei mir ja ja hör auf zu winken du weg war das war die ja wegen den rauschen schon ja doch wäre nett ich sag dir was passiert du hörst mich ja so zwei große schildträger oder ein schlurft und das ist jetzt die frage da kannst du noch kurz helfen ein schlurft oder zwei große schildtränke zwei große schildtränke war hängt davon ab wieviel leben du hast 200 200 hp ich kann hier trinken damit den keiner findet dann nämlich die zwei großen schildtränke mit das ist mir ein bisschen wichtiger ehrlich gesagt er spielt diesen rettungsschwimmer und ist total skilllos noch zu und drei geht das buch das gibt es nicht okay 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 ich raste gleich komplett aus ich 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 zerschlag gleich meinen scheiß controller die thermalscope macht ja mal gar keinen schaden die ist ja wirklich nur zum zum zu kitzeln da so 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 habt ihr mal ein bisschen schaden gedrückt ist ganz lang ja natürlich gegen flo babbo und so nein quatsch nee aber jetzt mal ganz im ernst ich hatte ich hätte mit dem grenade launcher weg machen sollen ich hatte drei waffen die so super selten sind so ich meinen orangen granat grenade launcher findet man auch nicht alle tage ein fucking thermalskop findet man nicht alle tage und die blaue pistole erst recht nicht man das geht mir auf den sack na gut leute es war wieder mal eine richtig schlechte runde von mir eine richtig schlechte folge ich habe einen einzigen kill gemacht in den zwei folgen ich glaube du auch nach immerhin immerhin aber ich hatte gute waffen ich hätte damit ich hätte ich hätte mich einbauen sollen ich hätte nicht gedacht dass der so planlos ist das war ein busch der war planlos am anfang und dann auf einmal macht er mich weg die waffe ich hätte headshots machen müssen aber naja gut alles klar das war es auch bei mir haut drin bis zur nächsten folge pip und ciao